feindliche Helis Tom was denn das? Ja klar. So meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge vor und man ist so weit hier bei Matrix auf seinem Kanal, nein Spaß bei Seite, hier bei mir auf dem Kanal, heute wieder bei COD, COD, äh, Counter-Strike 2. Was ist Counter-Strike 2? Ach weiß, weiß der Geier was. Alter, merk dir doch mal was du für Spiele spielst, die haben schon übelst gleich den Namen. Backup 2. Ja, wuuu. Hey, ich hab's gewusst. Der Sport ging heute online und ich weiß noch nicht, ob der Fahrt überhaupt gut ankommt oder nicht. Kriegsmaschine eingesetzt. Deine Mutter ist eine feindliche Kriegsmaschine. Oh, ich werd. Was, jetzt schon? Gabst du noch eh den Bomben oder was? Ja. War kurz davor, die zu entschärfen, ey. Alter, warum stand als letzter Kill ich da? So, kommst du mal eine Runde von dir oder ist jetzt Schluss? Ist Schluss? Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt wieder mal zu einer einfachen, normalen Runde Deathmatch auf Highchecked. Ohne Bots. Die Bots sind aus? Ja. Achso, okay. Dann haben wir eben heute mal ohne Bots. Wir haben 750 Punkte, die mal reichen können und ich hab grad gesehen, dass man schon 100 Punkte für einen Kill bekommt, also... Nee, du kriegst einen Punkt. Ich krieg Künderpunkte. Guck mal auf die Punkte. Ja, aber die Punktzahl ist jede welche gemeint, die da bei neben deinem Emblem unten steht. Hallo. Alex? Ja? Warum hast du grad Hallo gesagt? Ähm... Hi. Hahaha. Die ganze Zeit stand hinter dir gewesen. Wie gesagt. Und du drehst dich immer schön in die falsche Richtung. Was ich dir eigentlich sagen wollte. Neben deinem, äh... Neben den Zeichen sind die Punkte fast. Genau. Okay, geil. Ähm... Wie lange soll die Folge gehen? Deshalb machen wir dann gleich mal mit Bots. Du darfst mich erstmal wieder suchen. Komm mal her, ohne mich abzuschießen. Ich werd hier... Ich werd hier mal ein bisschen... Ladung unterwegs! Mindest-Sicherheitsabgabe! Au! Ladung unterwegs! Hauptsache, ich werf dich mit dem Scheiß ab! Ne, ich werd mal sagen, wir machen jetzt einfach mal ne kleine Runde. Jetzt machen wir mal zu zweit nur. Die wird ja nicht lang gehen. Wir hatten ja... Wir hatten ja schon den ersten Teil aufgenommen. Hust, 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 hust. Hust, hust, hust. Okay, grad bei euch hab ich verwirrt gewesen. Ich wusste nie, was ich mache. Und das würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal ein paar Minütchen hier. So... 2, 3, 4, 10, 20 Minuten... Und dann machen wir natürlich... 2 Stunden werden, wenn wir bis zum Punkt Sieg spielen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir machen so ein bisschen... 3... Ich werd jetzt einfach mal deine Waffen nehmen. 3... 3... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Alter kannst du mal aufhören Junge ich verfluche dein verdammtes Leben mit einer weiß ich nie was allem ein sehr ruhiges Match Leute wir sehen wie wir sehen sehen wir gar nicht wir sind ein Todesqueen den meine Leute die lieben den Todesqueen deswegen zeige ich den auch so gerne an dieser Runde weil ich dachte mir so ja wenn willst du mal was zeigen kannst du mal aufhören nicht zu verstecken Junge all das gibt's doch gar nicht doch bei Roller ich muss auch noch was sagen ich wollte mir eigentlich sind so einen schönen Gaming Stuhl holen aber ich glaube ich mach es doch nicht irgendwas lieber ein paar neue Spiele ich glaube ich hole mal mehr Technik ich habe jetzt ein Video von Dena geguckt beziehungsweise Felix von der Lahn und der hat einfach mal so eine richtig richtig nice Kamera geholt die kostet glaube ich so um die 2.000 oder 3.000 allein die Speicher gerade kostet so war mal wieder war die 1.000 das mit 408 und irgendwas MB drauf Speicherplatz das ist richtig krank die Kamera eigentlich eine Kamera die die richtig zum Film machen macht es so äh Spots oder sonst was das Ding ist richtig krank das ist ein Abschuss und und tja warte mal ich muss mal schnell was in meinen Optionen noch verändern ja ja kein Problem ich würde eh nie abholen das Ding kostet zwar wie gesagt extrem viel aber ist auch richtig richtig sexy in 4k kannst du aufnehmen und wenn du auf die normalen äh 4k oder sowas umstellt so was du nun mal siehst hier in HD Qualität und sonst was kannst du 100 28 oder 24 Prozent Frames pro Sekunde machen das ist gewaltig was ich immer drauf so wenn jetzt muss ich mal ein bisserl zulegen oder warum naja jetzt haben wir Gleichstand komm mal lieber auf den Balkon wo ich vorhin gekämpft habe in der einen Ecke cool dort ja bin ich wird und das wird passen ich weiß nicht was du meinst dass du einfach meine scheiße Ausrüstung wer da Penner ich hab nichts gemacht schon zu dem ich sag's ja komm auf den Balkon wo bist du Mosilein ich warte auf dich ich gibt's doch nie das für uns überhaupt nicht sehen jetzt ist das schon bitter wie bitter lemon das heiße Getränk was sie immer wieder heiß macht was ich bin signal schluss ab viel zu weit weg viel zu weit ab aber gut zu wissen wo du bist ich kann gar nicht wissen wo du bist ich hab's gar nicht raus erhöht du bist du nochmal ran du bist du nochmal ran ok irgendwo hier drüben bist du wo bist du es kann doch nicht so schwer sein uns zu finden jetzt ich bin gerade so bescheuert Ganaat, es liegt! Bewegst du dich überhaupt oder liegst du nur? Ich bewege mich, ich laufe die ganze Zeit rum. Ich auch, aber ich finde dich nirgendswo. Gibt's doch nicht, so groß ist die Map doch auch wieder nicht. Also ich weiß, dass wir bitte bescheuert sind, aber dass wir so bescheuert sind. Du kannst ja im Nachhinein meine Aufnahme angucken und sagen, ob wir bescheuert waren. Ja, 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 ja! Soll ich dir zeigen, wo ich war? Jo, kannst du gerne zeigen. Lass mal friedlich treffen. Ja, ja. In der Mitte am besten bei diesem Haus. Jo, ich kann rüber. Alter, war das krank. Jo. Warte, komm mit. Warte, komm mit. Okay, nee, komm mal hinter zu dem Pool. Da zeige ich dir wo. Ähm, welchen Pool? Gibt's da einen Pool? Ganz hinten der. Ja, ich komme. Leg mich schon mal rein. Warte auf dich. Rrrrrr. Ach, ich kann mich nur reinsetzen. Naja. Aber es ist so eine entspannte Runde jetzt auf immer. Ja, aber ich wollte jetzt auch mal drinnen. So, genau. Kann man mit. Da hinten. Echt jetzt? Ja, geh mal da drauf. Da kannst du drauf. Ja. Ja, es war sowas von klar. Ich wollte gerade abdrücken. Ja, ich will auch gleich packen. Ja, ich will auch gleich packen. Ah, gut. Du erschrocken? Nein, reg mich bloß auf. Ja, ja. So. Da legt er jetzt hin zu viel in dieser kleine Pee. Ist. Passt. Ja. Ja. Bei Hauptsache auf einem Schiff sind zwei Häuser. Stau. Garnate! Frag mich nicht, warum ich Gleichgewicht hab. Okay. Hast du jetzt einen Sniper geholt? Nein. Ich hab immer noch meine MP. Über was ich hier überhaupt hab. Oh, es jobt ihr. So. welchen haus bist du jetzt wo es oben blau ist oder ich sag jetzt mal ja an der das ist wo da bin ich nicht so wir müssen wir reden mit ihr auf nun lustiger noch für die läuft ja noch ich will gar nicht wissen wie lang die jetzt schon geht viel zu lang ich glaube die runde beende ich jetzt mal leute mit euch hier gemeinsam zu zocken ich hoffe ihr seid nächstes mal wieder dabei wenn auch der kunde von keimen dabei ist es tut mir echt leid dass er so ein b punkt ist was anderes kann ich nicht machen bei diesem kunden was anderes will mich aufregst die ganze zeit oder will ich sagen wenn ich da ganz breit gefallen hat gibt nur noch um wenn ich einen daumen und schreiben die kommt darauf und mehr davon sehen und auch nicht nächstes mal wieder mal mit bots und mit mehr ausraster von beiden seiten durch maus du bist hier du bist hier irgendwo na gut beim letzten ein beim nächsten kill wenn ich überhaupt wie gesagt dann kommen wir zuschauen abonnieren natürlich nicht vergessen und immer schön kämen hören du bist du jetzt irgendwo mit seiner snipe rum ja ciao